Ja Jürgen, danke für den Trip. Der lange Aal schlackert im Nebel, der Schlag. Natürlich, natürlich. Hast du Corona? Das müssen wir erst mal herausfinden. Alle Vögel sind schon da. Nein, aber Syphilis. Dagegen kenne ich noch aus als Mittel. Besser. Hast du Bock zu ficken? Nein, aber auf Grillen. Jetzt brauche ich was zum Nachspülen. Oh, ich habe Mäuse im Auto. Aua, schreit der Bauer. Sind die Äpfel sauer? Nein. Blut? Nein. Bier? Ja. Jetzt verpiss dich. Ich muss losfahren. Warum geht das nicht?